Super leichte Zeichnungen Hallo und herzlich willkommen zum Kanal Super leichte Zeichnungen. Heute werden wir einen Regenbogenfußball zeichnen und ausmalen. Lasst uns erstmal lernen, wie man einen Ball zeichnet. Lasst uns anfangen zu zeichnen. Zuerst werde ich einen großen Kreis zeichnen. Und dann Sechsecke. Sehr gut. Jetzt benutze ich diesen dicken, schwarzen Marker, um unsere Zeichnungen besser sichtbar zu machen. Fangen wir mit dem Ausmalen an. Um unseren Fußball auszumalen, werde ich die Farben des Regenbogens verwenden. Rot. Dann Orange. Ich mache weiter mit Gelb. Grün. Blau. Dann Lila. Pink Creme Mint Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt ein Like und abonniert den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.